Ja, meine lieben Freunde, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge DreamLeague Soccer. Geil, ne? Facecam an, aber ich kann mich noch nicht sehen, glaube ich. So, ja. Noch eine Partie? Definitiv. Ja, aber im letzten Mal war echt laut, ne? Ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen anders wird. Mal ein Lippchen. Das ist ein bisschen anders wert, dass man mich auch besser verstehen kann. So. Aber ich muss das einfach hochladen, Alter. Ich fand, das war eine geile Partie. Also, ich bin schon. Aber das war so, ja genau. Das krieg ich ja noch auf den Mitteln, der letzte Puppe nicht, ey. Das krieg ich ja noch auf den Mitteln, der letzte Puppe nicht, ey. Ja. 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 Das heißt, er ist die Tür hier auch durch den Geschenk vom letzten Mal, das wollen wir wirklich Geschenk. Nicht so lange. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Oh, wie kann die denn verknallen, ey. Ja. Oh, meine Haare sehen. Ich seh aus wie... Könnt mich hier bei... Bei Bibis Beauty Place anmelden, ey. Boah, was für ein Pass, Alter. Was ist denn hier denn, Alter? Was ist das Problem? Wir hätten schon 13.04 müssen, ey. Was ist das Problem? Wir hätten jetzt auch immer ein Problem. Ist das ein Problem? Ja, das ist... Was ist das? Ist das ein Problem? Oh, das ist das Problem. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Was ist das Problem? Ich finde, wir kommen da. Ja. Wir sind noch zu sehen. Ich bin echt verrückt! Ich bin echt verrückt! Ich bin echt verrückt! Es ist 2-0. Wenn ich diese Team kann, kann ich nicht vielleicht eine Schwierigkeit ändern hier. Ich mache Romme nur eine Partie am Tag. Daher war mein Handy ziemlich heiß heute. Ich finde das mit den Aufnahmen und demnach mit Spielen. Das ist echt das... Das wäre der Akkollekt. Uh, okay. Ich finde die aber andere Perspektiven. Achso, das hat er mal gehakt beim Video, ne? Als ich das bei Youtube gesehen habe. Also es hakt tatsächlich hier nicht. Es ist wirklich so... Ich bin echt nur... Heiß am Tag. Aber sonst... Na halbzeit. Wo steht es eigentlich? 2-0. Ich dachte schon im Dreikdruck gemacht. Ja, die Videos, ne? Ja, die Videos. Immer diese Videos. Aber ich glaube, die sah man gar nicht. Hoffentlich drauf. Kann ich das wegmachen? Ja, geh weg. Ach, da ist bestimmt die Facecam drauf. Oh, super. Aber... Mann! Ach, da... Da sind die Hände drauf gewesen. So... Fortfetzen. Ja. Na halbzeit. Ja. Na halbzeit. Sie haben die Ball wieder. Well come. Oh, an cholera. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Ja, das ist so. Bösen Fouler hier. Ja, ein bisschen weiter. Das ist so ein bisschen, wie man sich ein bisschen drehen könnte. Ja, der geht rein. Der hat das mal fast ein, meiner. Das ist so witzig. Bestimmt melde dich die, die leckert mehr. Alles gut. Du musst da so das machen. Vielleicht bis sie ein Mail-Up auftragen. Oh ja, oder? Ja, geil. Der kommt. Nein, der hinten wird es ja noch machen können. Ach, der ist auch. Ach, der ist auch. Hat-trick. Ach was. Hätte auch sehr gemacht können. Ah, der ist auch. Wahrscheinlich hätte er nicht getroffen. Ich finde es immer sehr schwer, Trachter mitzunehmen. Ich habe zwei Android-Dingseer. Dann sehen sie das. Dann schläft er ja. Ich weiß nicht, wie es geht. Dann schläft er ja. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es geht. Siehst du, ich schläft jemand anderes. Ich denke, ich schläft jemand anderes. Oh, ich denke, das ist der Schitten abseits, ne? Oh, das ist... Gute Karte. Oh ja, der ist doch eigentlich einfach einmal durch mich und durch quasi... Der sollte eigentlich als... So, Kopfballverlager. Aber es lässt sich nicht so schlimm wie FIFA, wenn man denkt so, oh, mach doch mal den Post, mach mal da schneller, es geht nicht weiter. Da haben wir da schon nicht, man muss auch bedenken, dass es endlich ist. Ja, wo ist denn? Wie war schon kam das denn jetzt? Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Schön, 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 schön. Weil es nie so meine Passionen weiß. So. Tablet Platz 1. Zehn Spiel gehen. Ein Unterschied, ein verloren. Ja. So. 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 Oh mein, das wird doch nicht so nass. So, ein Daumen ist drauf. Schöne Daumen, ne? Entfernt euch. Ja, ich bin zu, ich war schuld. Ich weiß, ich bin schuldig. Zum nächsten Mal und tüüüüüss. Warte. Tüüüüüüss. Ah, jetzt. Tüüüüüss.